Hallo zusammen, ich habe hier einen Auszugskühlschrank, so zum Ausziehen, wenn wir den ein bisschen auf die Seite drehen, dann ist das so ein ganz einfacher Auszugskühlschrank. Wir haben eine Tiefe von diesem Einbaurahmen bis ganz nach hinten von 727, wir haben eine Einbauhöhe, und zwar das Lochmaß von 291 und wir haben eine Breite von 498. Das Kühlergegart hinten ist Standard 12 Volt, BD35, und sonst gibt es hier zu diesem Kühlschrank die Front in Chromstall, der Rahmen in Chromstall, eigentlich nicht viel zu sagen. Ich verlinke euch unten einen Beschrieb oder bei uns auf die Homepage, das ist ein Auszugskühlschrank, 12 und 24 Volt, hier ist Standard noch eine Gastronomschale dabei, und ich wünsche euch einen schönen Tag.